Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, man glaubt es nicht, ne? Pünktlich war ich heute früh. Jetzt nicht. Ich wollte euch nicht verwöhnen. Nicht, dass ihr denkt, das bleibt jetzt so. Also, ich sag mal ganz einfach, herzlich willkommen bei DAX-Stunde Nummer 2. Ich fasse einmal ganz kurz zusammen, was wir damit bezwecken. Ich werde jetzt zur Eröffnung ganz kurz mal auf das eingehen. Das eine Chartbild seht ihr ja noch. Ich werde mal ganz kurz darauf eingehen, was da noch läuft, was da gelaufen ist heute früh. Den DAO werden wir uns eventuell nachher angucken. Der hat einen Schub von 200 Punkten gemacht. Könnte richtig was gehen. Schauen wir mal. Im DAX brauchen wir uns keine großen, brauchen wir uns nicht groß drum kümmern. Da hat sich nichts weiter dran geändert. An den allgemeinen Setups, weil bei mir ist immer noch der Blick nach unten auf die 12.6 bzw. 12.650 gerichtet. Immer noch dahin. Auch wenn Zwischenanstiege bis an die 13.3 durchaus noch machbar sind. Vielleicht sogar noch ein Spike an die 13.380, sowas in diesem Bereich. Das kann auch passieren. Deswegen habe ich vorhin einen Teil der Position rausgeschmissen, so wie ich es auch beschrieben habe. Die Runde heute Morgen da hoch, die war weit genug. Das tat schon ein bisschen weh, als sie wieder runtergelaufen ist. Im nächsten Anlauf nach oben habe ich gesagt, die Rutsche machst du jetzt nicht noch mal mit. Ich kann mich noch entsinnen, dass ich mal so eine Rutsche komplett mitgenommen habe. Und das ist ein paar Jahre her, ungefähr zehn Jahre zur Finanzkrise. Solche tiefen Runden, die tun immer weh. Deswegen, das große Paket bleibt immer so bestehen, wie es ist. Meine restlichen Positionen sind jetzt über dem Tageshoch von heute abgesichert. Geht er da oben durch, schmeiße ich die weg, guckt mir das an, was macht er an der 13.3, 13.350, 13.420. Könnte auch noch aufgerufen werden, aber ich muss diese ganze Nummer nachher, diese 150 Punkte nach oben nicht mitnehmen. Werde aber relativ zügig da oben wieder einsteigen. Was haben wir heute Morgen gesagt? Was passiert im DAX oder was ist wahrscheinlich im DAX? Was haben wir aufgerufen? Na? Schlafmützen, na? Mittwoch, Korrekturtag, richtig. Und danach habe ich geschrieben, die 13.3. So, die hat er noch nicht. Er hat hier einen Doppeltop gemacht. So, und da oben drüber liegen jetzt auch meine Stops. Die nun hat er gestern Nacht gemacht, die hat er jetzt nochmal geholt. Und da drüber liegen jetzt auch meine Stops. Die Linie von den Tiefseerhunden hat er auch noch nicht angelaufen. Wenn die hier nicht bricht, an der 13.1.96 zur Zeit, also wenn er die jetzt nicht kaputt macht, sondern die wieder als Sprungbrett benutzt, das ist sehr gut zu erkennen. Ich bin hier um 5 Minuten, guckt euch die Kerzen an, die hier passieren. Zack, paff. Und dann direkt wieder Retour, immer wenn er die Nummer anläuft. Hier gibt es einen harten Rückschlag. Wenn es den auch wieder geben sollte, ziehe ich die Reißleine und stelle glatt. So viel dazu. Euro, ja, ohne Worte. Heute Morgen an die 62, denn dreimal danach angelaufen. Und dann ist er einmal ganz kurz durchgeschossen. Was der da nun macht, schwer zu sagen. Jetzt hat er sogar diese Linie hier verletzt, die wir hier drunter langziehen können. Könnt ihr alleine machen. Linienzeichen habt ihr ja schon mal gelernt, ne? Oder diesen Kanal, den wir hier einzeichnen können. Kanalzeichen habt ihr auch gelernt, ne? So, machen wir das mal so. Und dann... Dahin, das wird nix da. Dieses, diese Nummer hier. Die könnte... Was wäre denn aus dem Kanal? Ist jetzt raus. Taucht da wieder ein? Warst du ein Fake? Ballert er nach oben durch? Geht der DAX auch gleich nach unten weg? So ist der Lauf der Dinge. Das ist die Position von gestern. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich muss bloß gleich in leeren Chart wechseln, weil wir werden hier gleich ein paar Sachen erklären. Einstieg war hier unten. Bei der 93, der Stop liegt jetzt bei der 25. Also 30, gute 30 Punkte im Gewinn. Zwei gute Tagesziele. Der Rest ist mir jetzt egal. Diese Spitze hier dürfte nach unten auch Halt bieten. Das ist glaube ich alles verständlich. Korrekturtag im DAX, haben wir gesagt, ist mittwochs sehr oft. Auch heute lasse ich ihn hier ruhig ein bisschen rumdümpeln. Morgen haben wir dann wieder einen Tag, wo es in Trendrichtung gehen sollte. Und den Trend kann man hier sauber erkennen, wo er hingehen soll oder hingeht. Da. Deswegen ist er wahrscheinlich nochmal vorhin hingelaufen. So. Diese Nummer passt. Das hier war über Nacht. Außer Börsel-Kurse war das hier ein Fake. Wenn wir jetzt hier runter gehen, den Kanal nach unten wieder durchlaufen, geht es ziemlich zügig bis da runter. Und so kann man sich das Spiel vorstellen. Den Rest gucken wir uns morgen früh an. Okay, wir sind in der DAX-Stunde. DAX-Stunde. Was heißt DAX-Stunde? Okay. DAX-Stunde heißt, wir wollen auf eure Fragen eingehen, die ihr Punkt A zur Plattform habt, die ihr eventuell zu Positionen, die wir letzte Woche oder gestern oder heute gehandelt haben. Dass wir uns Fragen dazu stellen können, die wir dann beantworten, was vielleicht im Webinar nicht so sauber rüberkam. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass wir alle EuroPro, oder ich habe das jetzt im Rahmen vom Service-Paket gemacht, hätte auch gerne ein bisschen Resonanz heute nach der Veranstaltung von euch per Mail, weil wir werden ab nächste Woche eine Extra-Veranstaltung ansetzen, die direkt DAX-Stunde heißt und an der alle teilnehmen können, die eine EuroPro-Lizenz haben. Das heißt, ihr werdet ab morgen oder ab übermorgen unter Deine Produkte auf unserer Homepage werdet ihr den Anmelde-Button für die DAX-Stunde finden. Ihr müsst sich dort einmal für registrieren und könnt dann das ganze Jahr bis 31.12. an den DAX-Stunden dran teilnehmen. Hintergrund ist, dass wir auf eure Fragen eingehen wollen, die wir im Webinar nicht immer beantworten können. Wir haben auch viele Gäste dabei, die sowieso nicht wissen, wovon wir dann labern. Und wir wollen auf Plattformfragen eingehen. Ein paar sind heute eingetrudelt. Ihr bestimmt die Menge, ihr bestimmt das Tempo, ihr sagt uns, was ihr wissen wollt und wir antworten. Dafür werden wir nachmittags im Team antreten. Die DAX-Stunden ist ziemlich fit, was den Stereo-Trader betrifft. Und ich bin froh, dass sie heute nachmittags dabei ist und dass sie uns ein bisschen dabei hilft. Das finde ich sehr lieb. Vielleicht sagt es mal lieb. Ja, hallo, na klar. Super. Weil ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich auf dem Stereo-Trader nicht der Crack bin. Ich habe den für uns bauen lassen, für uns als Community bauen lassen mit den Funktionen, die wir brauchen. Ich selber, wer mich beim Handeln beobachtet, das konnte man, glaube ich, die letzten Tage recht gut, der weiß, ich bin Anwender von den einfachsten, von den billigsten Mitteln. Ich brauche ein paar Linien, ich brauche ein paar Kreuze, ich brauche meinen Kanal und ich brauche den Stereo-Trader nur, um Positionen zu automatisieren, um eventuell mit einem Limit-Pullback zu arbeiten. Das ist alles. Mehr nutze ich nicht. Vielleicht würde ich jetzt mal in so einem Bereich von 13.3 bis 13.4 vielleicht die Funktion der Grid-Order nutzen, aber ich weiß es noch nicht. Deswegen haben wir hier ein, zwei Leute, die da wesentlich fitter sind. Ich kann nichts dafür, dass wir im falschen Geschlecht sitzen, aber nein, Entschuldigung. Wie falsch. Ich kann es ja nichts dafür. Nein, ich finde es sehr gut. Dagmar hat sich die letzten zwei Jahre sehr intensiv mit dem Stereo befasst, viel intensiver als ich. Er hat sich viel mehr mit den Funktionen dahinter befasst. Und deswegen bin ich froh, dass sie hier ist, weil die kann eure Fragen viel besser beantworten als ich. Außerdem ist es ja auch mal schön, eine andere Stimme zu hören, als bei einem langweiligen Gequake jeden Tag. So. Bin doch da. Chef hat mir freigegeben. Ich gucke ganz schnell die Fragen durch, die hier da sind. Dann hole ich die Fragen aus dem E-Mail-Kasten. Ja, heute Abend ist noch FOMC und Zinsen von der FED, das ist richtig, ist heute Abend um 20 Uhr. Dann könnte es den DAX schon Richtung Süden prügeln. Wäre natürlich eine geile Geschichte, ne? Da gehe ich nachher auch noch mal ganz kurz drauf ein, wie ich sowas mache. So, Mittwochkorrekturtage ist klar. Hallo Thorsten, ich bin das letzte Mal als Gast hier. Schade. Handelt ihr eure gestrige Performance eigentlich vor oder handelt ihr diese Performance nur für euch? Schön, dass du die Frage hier stellst, weil die Frage wird regelmäßig herangetragen. Warum machst du das nicht hier in den Webinaren? Ich habe die Performance von den letzten Tagen einfach mal gezeigt aus zweierlei Gründen. Einmal, weil es da draußen noch wirklich solche Kasper gibt, die zwar Mathematik studiert haben, aber von der Börse keinen blassen Schimmer haben und uns einfach frecherweise, verlogenerweise einfach in der Öffentlichkeit diffamieren und uns irgendwie darstellen, wir würden keine Kohle verdienen. Und deswegen habe ich jetzt zwei Sachen gemacht. Ich habe euch letzte Woche oder vorletzte Woche das nackige Konto mit Auszug, mit allem Drum und Time von FXFled gezeigt. Auch gezeigt, wie die Steuer abgeführt wird, wie ausgezahlt wird und, und, und. Der Geldbetrag spielt bitte überhaupt keine Geige, sondern hier geht es darum, Punkte zu machen. Das, was ich hier momentan gerade im DAX mache, habe ich veröffentlicht oder zwischendurch euch hier in den Webinaren mal gezeigt, Punkt A, um den Zweiflern, die an sich selber zweifeln und sagen, ja, ich weiß nicht, mache ich das richtig oder soll ich oder soll ich nicht? Also sagen, pass auf, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und dann nagelt man da volle Granate drauf, wenn man die Eier in der Hose hat. Das ist nämlich genau das, was hier in der Regel fehlt. Man braucht Nerven und man braucht ein bisschen Mut und eine Menge Selbstvertrauen. So, und dann kann sowas sehr gut funktionieren. Wie das funktioniert, wollte ich einfach anhand von der Performance mal zeigen, so dass ich mir jetzt auch ganz entspannt drei Monate zurücklehnen kann. Also ich habe mir gestern und heute insgesamt 20 auszahlen lassen. Mein Monatsziel sind 200 Punkte mit drei Lot oder mit 30 DAXen, je nachdem, wie man das nimmt, sind 200 Punkte. Also mein Monatsziel sind 5, 6 ungefähr rauszuholen. Das waren jetzt weit über 20, die wir da gemacht haben. Das heißt, wir können locker Februar, März, April ganz entspannt da rangehen. Die Performance in der Geldmenge werde ich hier nicht so veröffentlichen, vor allen Dingen gar nicht regelmäßig, weil es den falschen Eindruck erweckt. Das erweckt nämlich ganz gerne den Eindruck, dass man hier mit ein paar Knopfdrücken irgendwie ratzfatz irgendwie nur die Millionen umschaufeln muss. Dann kann man, dass man nur noch in den Keller gehen muss, die Scheine umstapeln. Und wenn man dann fertig ist mit Scheine umstapeln, dann holt man die Frau zum Kleingeldschippen. Nein, so einfach ist es nicht. Deswegen liegt es mir fern, hier irgendwo rumzupralen mit irgendwelchen Geldbeträgen. Hier geht es darum, das war das Hauptansinn, warum ich die Einzelposition gezeigt habe. Das Hauptansinn ist, dass man erkennt, welche Punkte wir haben, was man an Punkten machen kann, wie man eine Position schnell pyramidisiert. Die Frage kam vorhin, ich werde das nachher anreißen, dieses Pyramidisieren, wie ich sowas da mache oder wie ich sowas gemacht habe, solche Dinge. Und dass man mit der Pyramidisierung eben sehr, sehr viel erreichen kann. Und warum ich das nicht öffentlich mache und nicht live mache, ist eine ganz einfache Geschichte. Bei diesen Positionsgrößen, bei diesen Nummern, bei der Menge Position, die ich da drin habe, schwitzt man schon mal ganz gerne ein Hemd durch und da bin ich genug gestresst oder angestrengt und muss mich um das Schuhabo meiner Ex-Verlobten kümmern. Und wenn ich das öffentlich mache, bin ich doch etwas gehemmt. Umstapeln, nicht Stapeln, Scheine umstapeln. So, welche Einstellungen sind nötig für Teilverkäufe? Die Frage verstehe ich jetzt noch nicht ganz, aber reden wir gleich drüber. Ist heute beim DAO kein Signal oder stimmt bei meinem Stereo etwas nicht? Schauen wir mal, da ist das Signal. Der sollte sogar noch hier hochlaufen, bis in diesen Bereich, ungefähr ähnlich dem von gestern, nur breiter gefächert, bis da hoch, um dann hier runter zu klatschen. Es ist allerdings eine harte Nummer, habe ich vorhin gesagt, das wird heute eine harte Nummer, weil der Einstiegsbereich liegt ungefähr bei 26,4 und der Ausstieg bei 26,1,50. Wir haben 250 Punkte vor der Nase. So, jetzt hast du das Signal auch, das habe ich dir gerade geschickt, meine liebe Katja, das habe ich dir gerade auf deinen Schirm gebeamt. So, danke für die ausführliche Antwort, es geht mir nicht um Geldbeträge, sondern um erfolgreiches Handeln unterm Strich. Danke. Ja, bitte. Die Frage hätte ich gerne per Mail gehabt, mein lieber Thomas M. Die Frage hätte ich gerne per Mail gehabt, wie bei einer Teilschließung, welche Einstellung. Wenn ich einen Teil schließen will, er hat das Beispiel hier gerade reingeschmissen und da kann mich der Hintergrund auch mit einer weiblichen Stimme schon mal verbessern. Beispiel, du kannst das lesen, die Frage? Nee, tut mir leid. Kannst du aber, musst dir nur das Fragenfenster aufmachen. Okay. Ja, ich sehe es. Beispiel, Initial 2, Lot Long und ich will dann einen Lot schließen, zum Beispiel mit einer Trailing Short Order. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Du bist jetzt mit 2 Lot Long. Mal gucken, ob wir das jetzt hier sogar hinkriegen. Da kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht hin, dazu fehlt auch die Wohler. Also, wenn du mit 2 Lot hier Long bist, dann stellst du hier oben die Positionsgröße auf 1. Du bist mit 2 Standard Lot Long, stellst die Positionsgröße hier auf 1.0 und legst dann an diese Marke, wo du aussteigen willst, eine Short Limit. Eine Short Limit, sagen wir, du willst ja in dem Zielbereich raus, an die 1.24.62.7. Kurz darunter legst du eine Short Limit und die machst du als Limit Pullback. Dann hast du die Hälfte, also ein Lot. Du bist mit 2 Lot drin und dann nimmst du ein Lot, packst das da hin als Short Limit. Die Short Limit, die schiebt dann oben so weit über den Zielbereich, bis er dann die vorgegebene Punktzahl wieder zurückläuft. Sagen wir mal, das können wir ja ruhig mal machen hier, Positionsgröße, okay. Ich lege jetzt hier eine Short Limit hin, da oben und sage dann, Bup, Order bearbeiten, habe dann hier die Limit Pullback und sage, der Limit Pullback, du schließt sie erst, wenn du 4 Punkte zurückläufst. So, wenn er jetzt hier oben den Zielbereich knackt und ballert da durch, so wie hier, dann schiebt er, jetzt ein bisschen hochgepackt, so sagen wir mal, ich lege die da hin, da. So, dann werdet ihr die jetzt greifen, hier mit dieser Kerze, schiebt die bis da oben hin und erst wenn er 5 Punkte zurückläuft, erst dann schließt er die Position oder führt diese Short Limit aus. Ich hoffe, ich habe das alles richtig erklärt und ich hoffe, du hast es auch verstanden. So, du sprichst über ein Monatsziel von 200 Punkten, kannst du auch mal etwas über Trefferquote erzählen, das heißt auch mal einen Blick auf die Verluste werfen, die genauso zum Alltag gehören. Die Verluste gehören zum Alltag. Die Nummer dabei ist, ich habe drei Ziele. Ich habe ein Tagesziel, das bei 12 bis 15 Punkten liegt, ein Wochenziel bei 50 Punkten, ein Monatsziel von 200 Punkten und ein Jahresziel von 2000 Punkten. So, jetzt reden wir mal von der reinen Mathematik. Ein Monat hat mehr als vier Wochen, außer der Februar, also jedenfalls hier in Mitteldeutschland. Der Monat hat mehr als vier Wochen, das heißt viereinhalb Wochen. Das heißt, wenn ich ein Wochenziel von 50 Punkten habe, Tagesziel von 15, 15 Punkte mal 5 Tage wären 75 Punkte. Aber ich habe auch ein paar Verlusttage oder sowas dazwischen, deswegen das mal gut, gut mal drei. Zwölf bis 15 Punkte ist mein Tagesziel, ist für die Absicherung da. 50 Punkte ist mein Wochenziel, wenn ich so eine Nummer an so einem Wochenziel absegnen kann, alles gut. 200 Punkte im Monatsziel ist ja auch nicht vier mal 50, wir haben viereinhalb Wochen, also müsste das Monatsziel eigentlich bei 225 liegen. 225 oder 200 mal 12 wären 2400 Punkte. Aber es kommen auch schwache Tage dazwischen, schwache Zeiten dazwischen, die darf man einfach nicht berücksichtigen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als unerreichbare Ziele vor der Nase zu haben. Deswegen werdet ihr von mir immer die Empfehlung hören, setzt euch lieber ein Tagesziel von 6 Punkten als von 20. Weil die Psyche spielt hier die übergeordnete Rolle und ihr werdet viel entspannter arbeiten, viel entspannter handeln, wenn ihr die Sicherheit habt, ihr erreicht die 6 Punkte. Wenn ihr 6 oder 7 Punkte habt oder heute Morgen, hat die Vroni 11 Punkte gemacht irgendwie. Das ist ein sauberes Tagesziel. Wenn man die jetzt hat, ist eigentlich affengeil. Mit drei Lots sind das 300 Dollar. Geile Nummer. So, jetzt hat man die 11 Punkte erreicht, aber man hat sie als Tagesziel 20 gesetzt. Dann wirst du ackern wie ein Bekloppter, um diese 20 Punkte zu erreichen. Deswegen unten anfangen, kleine Ziele, die Konstanz reinkriegen. Sich selber stärken und sich selber die Sicherheit erarbeiten. Das ist das Hauptanliegen hier. Die Trefferquote, ich weiß nicht, was du mit der Trefferquote meinst, aber ich glaube, meine Trefferquote ist ziemlich bekannt. Da brauche ich nicht so viel zu verstecken oder brauche auch nicht um heißen Brei reden. Die 2.000 Punkte, also die Wochenpunkte, die gehen schon mal flöten, wenn ich mal einen an die Backen kriege. Ich habe es erzählt, dass ich im DAX jetzt zwei Wochen nacheinander Flüge gekriegt habe, weil ich zu früh short unterwegs war. Jetzt die Nummer läuft dafür wieder, umso besser. Aber ich habe es vierfache von dem rein, was ich vorher versemmelt habe, weil ich von meiner Arbeit überzeugt bin. Die Trefferquote täglich oder wöchentlich, weiß ich nicht, die kann ich jetzt gar nicht so auseinander pflücken. Ich weiß aber, dass ich die letzten vier Jahre das Jahresziel weit überboten habe. Weit überboten heißt, dass wir, man kann das sogar nachvollziehen, 2015, 16, 17. Man kann 2015 im Dezember, auf dem YouTube-Kanal findet man die Webinare von Dezember. Da kann man sehen, dass wir im Dezember 2015 alleine 4.800 Punkte, glaube ich, gemacht haben. Im Januar 2016 haben wir 2.600 Punkte gemacht. Wir hätten uns da gleich verabschieden können. Durch den Dezember, durch den Januar, habe ich, glaube ich, in dem Webinar Januar 16 noch gesagt, wir sehen uns wieder im April 2018, also sprich in drei Monaten. Das Jahresziel haben wir die letzten vier Jahre immer erreicht, immer, ausnahmslos. Und das ist wichtig. Monatsziel, glaube ich, habe ich in der ganzen Zeit einmal oder zweimal nicht erwischt, weil ich mir dann irgendwas vergeigt habe. Langt das als Auskunft? Schreib jetzt Ja rein. Gut. Liegen die Stops eigentlich auf dem Server oder auf dem Rechner? Es kommt darauf an, was du hier hinpackst. Wenn ich hier, ups, wenn ich hier jetzt so eine Short Limit liegen habe, so eine Order wie die Short Limit hier, die liegt nur hier auf meinem Rechner, die ist vom Stereo platziert. Das heißt, wenn ich meinen Rechner runterfahre, ist diese Order weg. Die ist nur so lange, wie der Rechner läuft, auf dem ich sie platziert habe. Mein Stop hier, wenn ich das hier als SL setze, nicht als Limit Order oder so, sondern wenn ich das Ding als Stop-Loss setze, ist das Ding auch... Das ist ja mein kleines Konto hier. Ob. Da seht ihr die Position. Da liegt mein Stop. Der liegt im Moment bei 23,4. Und hier kann man gucken, bei 23,6 liegt er. Da seht ihr, da liegt der Stop für alle Positionen, liegt der Stop bei 1,24, 23,6. Okay. So, warte mal, Thorsten. Diese Limit Order. Wo kommst du auf einmal her? Die kann man... Ja, aus, wo ich immer bin. Diese Limit Order, die du oben hast, die nicht auf dem Server beim Proger liegt, sondern nur auf dem eigenen, das kann man einstellen, wenn man auf das Stell-Trader-Logo klickt. Und dann auf Trading. Sag mal, kannst du das? Weißt du das? Ja. So, und jetzt hast du hier der dritte bis fünfte Punkt, MIT-Funktionsleiste. Der erste Punkt sagt, dass die Stop-Loss und die Take-Profit Order beim Proger liegt. Das heißt, das ist keine synthetische Order, sondern die liegt beim Proger. Und wenn die Button in dem Fall hier schwarz sind, dann sind das sogenannte MIT-Orders, das heißt Market-If-Touched und die werden erst zum Proger übermittelt, wenn sie ausgeführt werden. Wenn man diese Schalter ausstellt, dann sind auch die Orders, die man... die Limit-Orders und die Stop-Orders beim Proger, wenn man das will. Danke. Dagmar, erklärst du das gleich nochmal? Ja, ich kann gleich nochmal, wenn ich auch das andere Bild vielleicht nochmal aufmache, das nochmal zeigen im Zusammenhang. Ja. Okay, danke. Aber danke für den Hinweis, Ralf. Super, danke. Ja, gerne. Wir sehen gerade, der Kumpel hier, der kämpft sich gerade hier nach unten durch, deswegen hat er sich ein paar Mal gebimmelt. Da unten habe ich nämlich gerade meine Position im DAX wieder aufgestockt, deswegen hat er sich einfach fürchterlich gescheppert. Ich habe das vielleicht bimmeln gehört. Der hier dreht allerdings zu früh und jetzt muss ich den Kram ein bisschen im Auge behalten, weil er sollte den Schlusskurs jetzt nach Möglichkeit nach unten machen. Die Überraschung, die Amis zeigen, glaube ich, wo sie hinwollen. Den Schlusskurs jetzt hier unter dieser Kante, idealerweise wäre da noch drin, ich weiß Christian nur so, das sind ein paar Jungs, die sind da drin. Den Schlusskurs hier jetzt unter der 80 wäre das geilste heute überhaupt. Okay, die Nummer mit dem, wo die Order liegt und so weiter, das übergebe ich gleich an Dagmar. Ich habe dich gar nicht gesehen, dass du hier bist, Ralf, sonst... Genau. Du übersiehst mich doch immer. Das ist doch nicht so schlimm, du bin nicht da dran gewöhnt. So, in vielen Grundlagen, Büchern zur Technoanalyse, wird das Handelsvolumen als wichtiges Merkmal genannt. Was ist deine Meinung dazu und warum arbeitest du nicht damit? Ganz einfach, weil das Handelsvolumen im Forex-Markt überhaupt nicht auslesbar ist. Du kannst hier im Metatrader das Volumen überhaupt nicht berücksichtigen. Das einzige Volumen, was du berücksichtigen könntest, und das mache ich auf anderen Plattformen, manchmal sehe ich mir das an, wenn ich so eine Volumenspitze habe, so wie die heute Morgen im Euro hat, und als sie nach unten geschossen ist, wieder zurück, das sind so typische Volumenspitzen. Und dann gucke ich mir das Volumen im Future an. Du kannst Volumen nur im Future messen. Hier findest du Volumen nur in der Form, dass du das Volumen von dem Broker siehst, bei dem du gerade handelst. Hier, wenn so eine Kerze entsteht, dann gucke ich mir an, was wurde da für ein Volumen gedreht. Und hier sollte nach Möglichkeit Minimum das doppelte Volumen gedreht worden sein, wie in anderen stinknormalen Kerzen. Und wenn das doppelte Volumen hier, besser sogar das dreifache Volumen gedreht wurde, dann soll das Volumen auch schlagartig danach wieder abflachen hier. Und dann ist das auch eine Volumenspitze hier, die dann auch Bestand hat. Bitte mal aufschreiben dazu, Ralf, Dagmar, je nachdem wer. Aber das ist auch mal so ein Ding für Anneliese, warum so eine Volumenspitze, wie die überhaupt entstehen und warum die in der Regel auch halten und warum die auch Bestand haben. Ich lege meine Stops ganz gerne da drunter. Aber ist ein Thema für Anneliese. So, deswegen arbeite ich nicht damit, weil ich kann es sowieso nicht auslesen. Ich könnte hier jetzt nur, hier, das ist jetzt die Plattform von FX Flat, die ich jetzt hier aufhabe. Ich könnte hier in dem Fall nur mit dem Volumen von FX Flat arbeiten. Und das nützt mir überhaupt nichts, weil wenn bei Active Trades oder bei Admiral oder bei GKFX mehr Volumen gedreht wird, nützt mir das hier überhaupt nichts. Vorteile mit der MIT Order? Kann ich auch gleich was zu sagen, M zu sagen vielleicht. Das könnt ihr Frauen untereinander ausdiskutieren. Mirko sagt, das war gut erklärt. Okay, danke. Ralf, die graue Eminenz, Betonung liegt auf grau. Eminenz würde ich streichen. Du bist halt wie der Mr. Charming, glaube ich. Das merken die Mädels ja auch. Ja, genau, bin ich ja. Wie, ist da irgendwas falsch oder was? Bescheidenheit ist eine Zier, weiter kommst du ohne ihr. So, wurde der Euro-S-Dollar-Trade von heute Morgen ausgestoppt? Ja, wurde er. Wir hatten geschrieben, dass wir den Stopp nachgezogen haben. Mal gucken, ob ich das jetzt finde. Da nicht, da nicht, da nicht. Mal gucken, wo ich jetzt meinen Block finde hier. Bup, 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 bup. Ne, da auch nicht. Mir haben sie meinen Block geklaut. Boah, bestimmt der Ralf. So. Guck auf deinem Schreibtisch, da liegt ein Block. Stops liegen, wo haben wir das denn gepackt? Genau. Auch diese aufgestockte Position, Entry bei 1,2439, ist bei 1,46 abgesichert. Und die 1,46, die ist hier, wir sind bei 1,39 heute Morgen rein. Hier unten in diesem Bereich sind wir rein und haben die dann bei 1,46 abgesichert. Da unter diesem Hoch, dort ist sie abgesichert worden. Wer bei 1,39 rein ist und die hoch ist, dann die 1,62, konnte entweder seine 20 Punkte komplett realisieren. Und wer das so gemacht hat, so wie ich, ich hatte die Pustode, ich hatte die Luft heute. Okay, ich ziehe einen Stopp auf 1,46, sieben Punkte ist ja auch was. Der DAX hat mir genug beschert, dann hopp oder top, entweder bin ich dann noch weiter dabei oder eben nicht. Deswegen war mir das relativ egal. Die Position mit sieben Punkten rausgeflogen. Ja. Ist kein Volumen, sind nur die Anzahl der Ticks. Okay, danke für die Verbesserung. Aus Thüringen kommen nur Klugscheißer, ne? Okay, bitte. Die Moneylines gelten nur bei JFD. Nee. Wie bitte? Nee, die werden sozusagen auf jeder Plattform ermittelt. Die werden ja sozusagen durch Algorithmen ermittelt, die sich auf die entsprechend zurückliegenden Zeiträume beziehen. Und von daher ist das Plattform, also Broker unabhängig. Ja. Das ist der eine Punkt. Bitte. Äh, nur die Besten, nee. Die Besten kommen aus dem Harz. Oder von der Küste. So, sind Anneliese feste Webinare? Äh, also was bekommt man denn, wenn man die kauft? Was bekommt man da? Blödes Gesabbel von dem Vogel, den du morgens schon zuhören darfst. Also Anneliese kriegst du die Grundlagen beigebracht, so wie wir mit der Plattform umgehen. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Möglichkeiten nutzen wir? Was sind Dreiecke? Was sind Linien? Wie benutzen wir die? Du kriegst die Basics. Anneliese ist dafür da. Die strenge, aber sehr angenehme Anneliese ist dafür da. Die Jungs mal wieder von dem Drehstab Umkehr, MACD im negativen Bereich auf die Anwendung von Trendlinien, Trendkanälen, also zu den Basics wieder zurückzuführen. Der ganze Spaß kostet Pro Session, kostet der ganze Spaß in Hunni. Das heißt Anneliese Webinar kostet 100 Euro, Anneliese 2 kostet auch 100 Euro. Das heißt für 200 Euro kriegst du 10 Webinare, a 1,5 Stunden. Das heißt ungefähr 15 Stunden kriegst du ungefähr Unterricht für 200 Euro. Das heißt, du zahlst ungefähr 12 Euro pro Stunde Unterricht. Gut, ne? Kannst du dir überlegen. So. Ups, die nehmen wir hier jetzt mal raus. Kannst du dir überlegen, aber ich weiß nur so, ich will jetzt keine Werbung machen, überhaupt nicht, brauche ich nicht. Ich weiß, wir haben viele Leute bei Anneliese dabei, die bei Anneliese 1 am Start gesagt haben, ach du Scheiße, jetzt kommt er mit dem Kram um die Ecke. Und ich weiß, dass die Feedbacks, die kommen oder die kamen nach dem ersten Analyse Webinar. Scheiße, ich bin jetzt 10 Jahre an der Börse. Man kümmert sich um allen möglichen Mist, aber wenn ich nur mal darauf zurückgreife, wir haben, sag mal, wann haben wir Trend gemacht? Im Dezember, ne? Ja, im Dezember. Genau. Wir haben nur Trend mit Hausaufgaben gemacht. Und ganz ehrlich, 60% der Teilnehmer oder 70% der Teilnehmer haben im Webinar versagt, aber haben es nachher wieder gerade gebogen. Mit den Hausaufgaben konnten sie wieder einen ganz, einen Großteil ausbügeln. Aber haben viele, viele, viele Händler, die schon seit 2, 3, 4, 5 Jahren am Markt sind, haben mit der Definition Trends, verschärftelte Trends versagt. Also, kannst du dir überlegen. Alles kann, nix, muss. So, Katja schreibt gerade, habe die Videos geschaut, haben mir sehr geholfen. Danke für die Blumen. Kurz mal auf den Dau gucken. Hans Herrmann schreibt, Analyse kann ich nur jedem empfehlen. So, kurz mal auf den Dau gucken. Ja, ja, ja. Ja, ist ja noch nix, ne? Ich habe mal kurz auf den Dau geguckt, in Ordnung. Danke nochmal an Dagmar für die Erklärung bei den Hausaufgaben, das war super. Ja, Dagmar ist unser Erklärbär. So, jetzt krame ich mal die Fragen noch raus aus dem, ich wollte jetzt sagen, aus dem Backoffice. Ähm, die Fragen aus dem, so, Fragen, die per Mail uns zugeteilt wurden hier. Ja, mich interessiert das Trade Management. Du schreibst zum Beispiel, die Mail mal ganz einfach machen, du schreibst zum Beispiel, Euro-Positionen von gestern gestartet bei 1,23,90 laufen und sind mit dem Tagesteam-Gewinn abgesichert. Frage, was meinst du mit Positionen, plural, ich eröffne in der Regel eine Position, was meinst du damit und was kann man da lernen? Also, nehmen wir mal das Beispiel hier. Wir haben gestern den Rücklauf gehandelt. Wir haben gesagt, der soll hier an die 1,24, 1,23,90, hier in diesem Bereich soll er zurücklaufen. Also, er hat das erste Mal gemacht, er hat das zweite Mal gemacht und danach, wenn er dann hier einen Trendwechsel im 5-Minuten-Chart hat, im übergeordneten Chart, nämlich den hat er hier gemacht, in diesem Bereich kann man aufstocken. Man sieht, ich habe diese Position schon zweimal, dreimal aufgestockt. Das erste war ein Verdrucker, da hatte ich 0,01 für aus dem morgendlichen Webinar noch drin stehen, deswegen sind das 41. 40, ansonsten wären das nur 40, ich habe die Position schon zweimal aufgestockt, deswegen mehrere Positionen nennen, die dann zusammengezogen sind und sind jetzt mit einem doppelten Tagesziel abgesichert. So, dann geht Long Position für den Februar im Markt, sprichst du von kurz- und mittelfristigen Positionen. Was sei der Unterschied, zum Beispiel Halte-Dauer-Stop-Führung und Chart-Analyse. Das hier ist eine mittelfristige Geschichte, mittelfristig heißt über ein oder mehrere Tage, das Ding hier, ach der Chris ist sogar da, hier Bruch im übergeordneten Chart und dann aus der Korrektur heraus das Ding draufnageln und dann nach Euro pro Stück für Stück weiter aufstocken. So, dann geht Long auch, sprichst du Unterschied, Halte-Dauer. So, heute Morgen haben wir eine kurzfristige Position dazugepackt, das kann man im Webinar von heute früh sehen, ist allerdings noch nicht in eurem Account, ich hatte ein Konvertierungsproblem, kommt nachher. Konnte man heute Morgen sehen, wir sind heute Morgen, haben wir nachgelegt bei der 39, bei der 39 rein und haben den Stop auf 46 gezogen. Das ist eine kurzfristige Position, die dann relativ schnell rausfliegen sollte. Ich habe das verpennt, als es in den Zielbereich hier oben angelaufen ist, eventuell glatt zu stellen oder enger nachzuziehen. Ich hätte hier unten auf die 50 gehen sollen, dann wäre das auch mein Tagesziel gewesen. Mit einer anderen Strategie, deswegen habe ich hier unten so viele Fenster offen. Hier heißt eine zum Beispiel Short-Handel. Wenn ich jetzt hier zwischendurch shorten würde, weil ich mittelfristig eine Long-Position drin habe, habe ich hier eine Strategie, die heißt Short-Handel. Da würde ich Position Short reinpacken. So, und drittens, Euro-Position von gestern gestartet bei 23,90 laufen, das sind in der Regel Tagesordnung. Heute früh wurde diese Position im Webinar aufgestockt, genau, aber in einer anderen Strategie. Auch diese aufgestockte Position beim Ziel 1,24,46 abgesichert. Das Ziel hier sitzt bei 1,25,36 haben wir heute Morgen genau erörtert. Erörtert. Hier sitzt bei 5, Ziel sitzt, da werden die Karten neu gemischt. Ja, klar werden die Karten neu gemischt. Ist dies eine kurz- oder mittelfristige Position, arbeitest du im Kursziel mit TP oder lässt du diese weiterlaufen und führst nur SL nach? D1 hat ABC Potenzial bis 27,43, könntest du beispielsweise auf diese Bewegung 25,36 drauf eingehen, wie und wie oft und maximal und so weiter. Also, Hintergrund ist, dass ich, dass wir uns die 1,25,36 rausgeholt haben, das ist das alte Hoch von letzter Woche, was er mit dem Spike nach oben gemacht hat. Ebenfalls so eine Volumenspitze, die halten könnte, die so schnell nicht bricht. Diese Nummer sollte halt bieten. Ich weiß nicht, was da passiert, macht er einen Doppeltop und schießt zurück oder ballert er nach oben durch. Da ich es nicht weiß, gibt es für mich nur eine Reaktion. Und diese Reaktion heißt für mich ganz klar, Stops hinterher. Stops ganz stramm hinterher und dann eng absichern. Das heißt, wenn er da oben hinläuft, muss die Position sehr eng abgesichert werden. So. Der Mirko hat die Anlese gekauft. Da hast du was zu gucken. Da findest du alle Aufzeichnungen. Jetzt du findest du dann unter deine Produkte. Mal gucken, wie ich das jetzt finde. Da findest du, achso, ich bin nicht eingeloggt. Da, zack. Unter deine Produkte findest du jetzt Analysewebinare und Analyse 2. Und wenn du da jetzt drauf gehst, dann findest du dort die Aufzeichnung von Analyse 2 oder von Analysewebinare. Da findest du jeweils die Aufzeichnungen dazu, die PowerPoint, das Material, was sie verwendet haben, zum Download runterladen, ausdrucken, auf den Schreibtisch legen, Lochen knicken, abheften. Der schöne Beamten-Dreisatz oder olympische Beamtenspiele, wie nennt man die, Lochen knicken, abheften. Okay. Aufstocken bei Bruch des Letzten Hosen mit einer anderen Strategie. Genau. Alles klar. Okay. Die Fragen haben wir beantwortet. Und jetzt gehe ich einen runter und danach kommt die DAGMA dann schon dran. Kannst du schon mal den Bildschirm putzen, ne? Schön nochmal mit Glasreiniger drüber, ne? Hat Emma Sinn im DAO, wenn ja, welche Einstellung, so wie im DAX, ist völlig Latte, meine liebe Vroni, weil wir im DAO nur unser DAO Pro handeln. Mehr machen wir nicht. So, DAO Pro ist die Emma völlig Banane. Wenn du nach einem anderen Regelwerk handeln willst, dann macht die Emma wohl Sinn. Nach unserem Regelwerk, nach DAO Pro macht die Emma keinen Sinn. Wo steht von FX Flat der Server? Die Serverzeit ist ja plus eine Stunde. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Muss ich selber nachfragen, mache ich aber und werde es dir noch mitteilen. So, und dann kommt schon mal die Alarmgeschichte. Die würde ich nämlich gleich an DAGMA, alles was Plattform ist, würde ich gleich an DAGMA geben, damit sie das erklärt. Ich würde ganz schnell noch die Nummer und die Fragen von Johannes, ach, das ist ein Österreicher, da muss ich ja dreimal erklären, bis er das verstanden hat. Oh, Jungs, holt euch einen Kaffee, das kann dauern. Nein, Quatsch. Einige Fragen, arbeitest du beim Einstieg auch mit Grid Order? Nein, arbeite ich nicht. Ich arbeite grundsätzlich, also habe ich vorhin gerade erklärt, ich arbeite nicht mit Grid Order, sondern wenn ich so eine DAX Nummer mache, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Nehmen wir mal hier. So. Jetzt hat er diese Linie hier, die er jetzt gegriffen, ist da durchgeschossen. Unter dieser Linie, hat man vorhin vielleicht im Hintergrund gehört, habe ich ein paar Order hingepackt zum Einstoppen. Darunter lasse ich mich einstoppen. Ansonsten suche ich mir diesen Rücklauf. Rücklauf, ich glaube, er hat die Nummer sofort geholt, musste vorhin vor dem Webinar mich einstoppen lassen, musste die Order einpacken. In der Regel warte ich den Bruch ab, hier die Korrektur und lege hier dann Short Limits hin, als Limit Pullback, weil wenn er dann nach oben durchschießt, so wie hier, hätte er die Limit erst da oben ausgeführt. Da ich euch aber zutexten muss, hier hatte ich vorhin keine Chance, das so zu machen. Deswegen auch die Anzahl der Order. Und ich packe dann an so einer Stelle würde ich hier, was weiß ich, immer in kleinen Schritten, immer mit einem DAX oder mit 0,1 Future, immer in dieser Nummer würde ich einfach hier 10 Stück auf den Schlag hinpacken. Ich splitte die Order nur sehr klein, weil es dann auch einfacher ist, die Position auch kleiner nachher zu schließen oder separate Stops dafür zu verwenden. Und ich handelte auch in der Regel in drei oder vier verschiedenen Strategien, damit ich verschiedene Stops nehmen kann. Nehmen wir mal diese Nummer hier, wenn ich hier jetzt aufstocke, aber das machen wir auch in der Analyse nochmal zu einem extra Thema oder ich mache ein extra Webinar. So wie hier, wenn ich mich jetzt hier aufstocken lassen würde, würde ich jetzt das, was ich hier aufgestockt habe, die Stops direkt da oben drüber ziehen, ohne die komplette Position zu gefährden, den Rest einfach laufen zu lassen. Okay? So, baust du die Pyramiden an Widerständen auf und dann LIFO wieder ab? Oder wie handelst du das? Ich handel so, wie mein Bauch mir das sagt. Wenn mein Hemd unter den Arm anfängt zu stinken, ziehe ich die Reißleine und sage, raus damit. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel an so einer Linie, nehmen wir mal den Ausbruch aus einem Kanal, wenn ich jetzt aufstocken würde, so wie wir im Euro vorhin den Kanal hatten, den können wir uns nochmal angucken, wenn man den Kanal voll hat. So, so wie hier. Wenn wir jetzt den Ausbruch aus dem Kanal, ich würde mich jetzt hier einstoppen lassen, dann wäre hier mein Regelwerkkanal, würde ich die Kanalbreite nehmen nach unten und würde diese Position dann auch hier unten schließen. Würde die Teilposition, die ich hier aufgestockt habe, nach dem Regelwerkkanal aufgestockt habe, entweder schließen oder hier 50% von der Strecke im Gewinn absichern. Hopp oder Topp. Und dann mit der Gesamtposition weiterlaufen lassen, wenn ich ein großes Ziel vor der Nase habe. Ich habe, wie ihr wisst, jetzt im DAX zum Beispiel die 12.6 auf dem Deckel. Lieben gerne. Und die wird, wenn die kommt, immer vorausgesetzt, die kommt, wenn die kommt, kommt die so schnell, dass wir alle fürchterlich überrascht sein werden. Ich würde es nicht wundern, wenn er von der 13.1 bis an die 12.6 diese 500 Punkte an zwei Tagen macht, wenn ich sogar an einem Tag in einem Rutsch durch. Deswegen werde ich immer versuchen, die Position vorher so groß wie möglich zu machen, denn es stehen genauso in den Pyramiden, so wie gestern. So, und dann kommen wir jetzt gleich zu dem Thema Alarm. Wie erstellt man einen Alarm, um einen Ton zu werden, wenn der Chart eine bestimmte Marke erreicht hat? Und das deckt sich mit der Anfrage von unserem Ehepaar aus Bayern. Wenn ich im Pool bei Chart neben der Skala Alarm aktiviere, wie kann ich die Alarmlinie im Chart wieder entfernen, rauslöschen und wo stelle ich beim Alarm andere Signalarten ein? Soll ich dir das schicken, Dagmar, oder machst du das aus dem Stehgreif? Du merkst hier sowas, ne? Ich denke, ich merke mir das, ja. Ja, dann würde ich jetzt Dagmar zum Moderator machen. Also ich will jetzt nicht ihr Geschlecht ändern. Ich mache sie einfach zur Moderatorin, aber die Auswahl habe ich hier nicht. Also ich muss jetzt zum Moderator machen. Das ist nicht schlimm. Ich kann trotzdem sabbeln. Ich kann trotzdem sabbeln, kein Problem. Okay. So, zum Moderator. Jetzt musst du das gleich annehmen, damit dein Schirm gezeigt wird. Und dann... Automatisch im Zuhörermodus. Da ist es. Gucke. Seht ihr denn schon was? Ja. Okay. Also ihr seht auch meine Maus, ja? Oder... Weil ich kann nämlich gerade nicht erkennen, welchen von meinen beiden Bildschirmen... Wir sehen deine Maus nicht. Wir sehen deinen EURUS-Dollar im M1. Ja, jetzt sehe ich auch deine Maus. Genau. Okay, dann ist das der Bildschirm. Alles klar. Genau, der ist. Gut. Fangen wir mal mit den Alarmen an. Und zwar... Ich muss mal eben gerade das wegmachen, dann kann ich es auch besser sehen. Also es gibt für das Thema Alarme zwei Möglichkeiten. Und zwar einmal der Standard vom Meta-Trader und einmal im Stereo-Trader. Das ist ein bisschen Geschmackssache und hängt auch davon ab, ob man vor dem Bildschirm sitzt oder nicht. Also ich zeige erst mal kurz den Stereo-Trader. Da gibt es... Da gibt es hier bei der Chart-Einstellung neben Scala dieses Kästchen Alarm. Generell ist ja auch so, dass wenn man mit der Maus da drauf fährt, dann kriegt man auch schon so ein bisschen Text. Das hilft dann auch, wenn man nicht mehr so ganz genau weiß, wie man die Dinger wegmachen soll zum Beispiel. Also wenn man hier drauf klickt, dann legt er einen Alarm immer erst mal in die Mitte vom Chart. Und zwar ganz nach links. Da sieht man den jetzt, damit das einfach hier jetzt gerade nicht stört. Also er ist immer erst mal in der Mitte vom Chart. Dann geht man da drauf, versucht den zu treffen. Das versuche ich jetzt auch gerade. Also wenn man... Weil da soll er ja nicht unbedingt sein. Ich weiß nicht, warum er mich das jetzt nicht machen lässt. Man sieht, ob man ihn getroffen hat, da dran, dass dann der Strich über den ganzen Chart läuft. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Tut mir jetzt leid. Ich kämpfe hier gerade ein bisschen mit meinem Bildschirm. Also im Prinzip geht das wunderbar. Das hat bis jetzt bei mir immer gut funktioniert. Also wenn man da mit der linken Maustaste einfach den markiert, wenn man ihn dann auch zu fassen hat, wie gesagt, geht diese gestrichelte Linie hier einmal quer rüber. Kann ich jetzt gerade irgendwie nicht zeigen. Und wenn man die packt, dann verschiebt man die nach oben und unten genauso, wie man irgendeine Order verschiebt. Also das ist exakt das gleiche Prinzip. Und man sieht hier dann auch den Wert. Und auf diese Art und Weise... Du verschiebst gerade deinen Chart, wenn du mit der Maus draufklickst. Deswegen... Thomas gerade gesagt, Maus-Scroll ausschalten. Ne, du musst die Scala da drücken. Wenn du da im Scala-Modus bist, dann wird es schwierig mit sowas. Hä? Okay, das ist überfordert. Im Chart, neben Alarm, den Knopf. Den musst du wieder deaktivieren. Ja. Ach so meinst du? Oder überhaupt? Okay, also wenn nicht, dann probiere ich das nochmal. Nee. Also das kann... Das liegt aber jetzt, glaube ich, im Moment irgendwie an meinem Bildschirm. Also da... Nee, das geht generell ein bisschen schlecht. Ja. Ist vielleicht so, die Linie ist ja recht dünn. Aber es funktioniert. Also es hat bei mir bis jetzt ganz gut funktioniert. Wollte damit nur sagen, ihr könnt auch mehrere reinlegen. Das heißt, dann macht ihr... Also ich mache das jetzt mal absichtlich, dass ich den Chart zum Beispiel ein bisschen höher lege. Wenn ihr sagt, der soll hier ungefähr hin, könnt ihr also mehrere reinlegen. Und die dann verschieben. Zum Beispiel, wenn ihr eine Range oben und unten markieren wollt oder so. Und in dem Moment, wo dann der Kurs an diesen Alarm anläuft, gibt es halt den Klingelton, den man, also den man eben hört, wenn man sozusagen davor sitzt. Also der wird jetzt nicht irgendwo anders hin übertragen, sondern der ist dann in der Plattform. Wenn man die Alarme wieder ausschalten will, dann, also man kann sie verbergen oder auslöschen, dann muss man eben dieses Shift-Klick oder Steuerung-Klick löschen. Ich mache jetzt mal Steuerung-Klick, dann seht ihr, sind die eben zum Beispiel weg. Wenn man sie aber behalten will und nur nicht andauernd drauf gucken will, dann macht man eben nur Shift-Klick. Das ist halt insoweit recht komfortabel, weil man eigentlich das Ein- und Ausschalten einfach machen kann. Die andere Möglichkeiten, Alarm zu machen, die man dann auch nutzen kann, um sich das Signal beispielsweise auf die App übertragen zu lassen, ist die, wenn man, und zwar mit App meine ich jetzt die Metatrader-App, weil diese Funktion, die ich jetzt erzählen will, hat mit dem Stereotrader nichts zu tun, sondern ist Metatrader-Basis. Also das heißt, hier unten gibt es ja diesen Reiter Alarme. Wenn man da jetzt mit der rechten Maustaste rauf geht und einen erstellen will, dann kriegt man diesen Editor aufgemacht, kann dann auswählen, ob man ein Geräusch hören will, eine Mail kriegen will oder eine, dieses, was ich sagte, auf die App ist zum Beispiel die Aktion Notification, wählt sich aus, wofür. Das heißt, man kann, man muss nicht sozusagen ein bestimmtes Chart markiert haben und sich dann den Alarm hinlegen, sondern diese Alarme kann man eben mehrere untereinander legen, einen für einen DAX, einen für einen Euro, einen für einen Dow oder mehrere, ist völlig egal. Kann dann hier die Bedingungen einstellen, also da sagt man dann, soll der Bit oder der Ask größer oder kleiner als irgendwas sein, oder man kann auch eine Zeitbedingung formulieren, den entsprechenden Wert dazu. Datei ist jetzt nicht relevant in diesem Zusammenhang und kann dann sagen, also man kann sagen, wie oft er wiederholt wird. Also ich lege jetzt mal einen rein, damit man sehen kann, was jetzt... Leg doch mal einen rein, sag mal. Ja, ja, genau. Trauer eine Reise, sagen die Woche am Stammtisch auch immer. Ja, okay, genau. Also ich mache jetzt mal beispielsweise, sage ich jetzt mal, wenn der unter 1,24 geht, dann soll er halt mir... Ich mache jetzt mal ein Notification, weil dann kann ich euch gleich zeigen, was man dafür einstellen muss. So, dann kann man sagen, wie oft soll der... Wie oft soll der wiederholt werden? Kann ich jetzt im Moment nicht. Also gibt irgendwie ein Ablaufdatum, wenn man will, aber man muss es eigentlich nicht machen. Ich mache den jetzt gerade mal weg. Wo ist er denn jetzt? Glaube ich doch nicht. Jetzt ist er gerade verschwunden. So. Ich mache es nochmal. So, wenn der Bit kleiner als 1,24 ist, maximale Wiederholung. So, da unten liegt er jetzt. Man kann, wenn man den da hat, auch markieren drauf und kann den dann ändern oder kann den aktivieren, deaktivieren. Ändern, wenn man zum Beispiel sagt, man will doch den öfter hören. Also hier würde ich jetzt nur einmal die Information kriegen, wenn man sich einen Ton eingestellt hat, dann macht es vielleicht Sinn, sich das zwei-, dreimal anklingen zu lassen. So. Wenn man denen jetzt diese Notification auf sein Handy haben will, es gibt von Metatrader auch eine App, also man kann eine E-Mail einstellen, dass man einen E-Mail-Account kriegt oder aber die App. Und dazu muss man dann bei den Extras und Optionen bei, ich muss mal schnell gucken, wo das ist. Na, Benachrichtigungen. Hier bei Benachrichtigungen, das Häkchen machen bei Push-Benachrichtigungen. Ich habe jetzt das Häkchen nur im oberen Feld. Wenn man das hier unten drin hat, dann kriegt man auch jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn man nur einen Stop verschoben hat. Da man das ja aber selber weiß, dass man das tut, fand ich das etwas lästig, habe ich das Häkchen rausgemacht. Diese sogenannte MetaQuotes-ID, das ist, wenn ihr euch die App aus dem, also ich habe jetzt ein iPhone, da ist der App Store, bei Android heißt er ja irgendwie anders, im Store gibt es direkt von MetaQuotes eine App, die ganz pur ist, wo man das Konto reintut. Und da hinter dieser App oder in dieser App ist auch die MetaQuotes-ID. Wenn ihr die dann eintragt, dann kriegt ihr praktisch auf dem Handy halt irgendwie so einen entsprechenden Bimmelton und eine Information, dass jetzt was passiert ist. Das gleiche wäre eben, wie gesagt, wenn ihr hier bei E-Mail, wenn ihr das aktiviert, hier die Serverdaten, E-Mail und so weiter eintragt, dann kriegt ihr diese Information auch als E-Mail oder alternativ als E-Mail, je nachdem, was ihr haben wollt. So, insofern aktivieren, deaktivieren, hatte ich schon gesagt, ändern, löschen. Das ist sozusagen, das ist eben nur vom Handling her, finde ich persönlich, was die Veränderungsfähigkeit betrifft, ein bisschen sperrig. Also kommt es ein bisschen darauf an, wie schnell, kurzfristig und auf welche Art und Weise man die Information haben will, welche Form man wählt. Sag mal, es gibt noch eine etwas einfache Möglichkeit, den Alarm dahin zu setzen, wo man will, wenn du jetzt zum Beispiel unter einem bestimmten Punkt bist, weil du hast ja den Wert jetzt eingegeben in dieser Maske. Wenn du jetzt mal mit der Maus, gehen wir unter irgendeinem Tief zum Beispiel. Ach so, okay. Ist egal, wohin. Ja, okay. So, wenn du jetzt da den Alarm haben willst, mach mal rechte Maustaste, Handel, oben, der zweite Punkt und da hast du Alarm. Genau, da ist der Alarm, okay. Und dann kann man den auch unten verändern, jetzt wie man will, mit dem Doppelklick drauf und dann kann man da diese Einstellung mit dem wie oft und so machen. Okay, super Tipp. Ja, das wusste ich noch nicht, siehst du immer. Macht es ein bisschen einfacher. Tolle Teamwork, genau. Genau, und dann kann man da rauf gehen und entsprechend die Werte verändern. Genau. Okay, hier wäre jetzt dann, dann hat er vorgelegt offensichtlich den Sound so, das heißt, dann hat man fünfmal im Abstand von zehn Sekunden hört man dann das Geräusch hier am Rechner in dem Fall. Gut, soweit okay zum Thema Alarme, sonst können wir ja noch, genau. Dann würde ich noch kurz was vielleicht erklären, noch mal zum Thema Teilverkäufe. Da waren ja noch ein, zwei ergänzende Fragen und zwar beispielsweise kam die Frage auch, mit welchem Trading Model man das machen kann. Man kann es mit jedem machen. Und zwar, ich will das mal ganz kurz zeigen, bei den meisten voreingestellt und bei Thorsten eben auch, was er gezeigt hat, ist wahrscheinlich der Stereo Future. Wenn man den Stereo Future macht, dann ist eben, habt ihr vielleicht vorhin gesehen, wenn man jetzt irgendwie eine, das kann ich jetzt natürlich nicht simulieren, weil jetzt kann man es besser lesen. Also, wenn man hier jetzt irgendwas liegen hat, gibt es ja hier diese Attribute und beim Stereo Future war dann schon von vornherein schwarz dieses Kästchen NT. Wenn man jetzt einen anderen Modus hat, das ist wie gesagt, man kann es eben in jedem Modus machen. Ich zum Beispiel habe, weil ich es halt bequem finde, den Stereo Hedge Modus. Dann zeige ich euch nochmal ganz kurz gleich, wie das zusammenhängt. Was ihr dann nur beachten müsst, ist, wenn man einen Teilverkauf macht, egal ob man das über eine Stop oder eine Limit macht, egal in welche Richtung man das machen will, muss man hier halt immer auf NT klicken, weil NT heißt, dass es verrechnet wird. Wenn man also mit zwei Orders, mit zwei Lot Long ist beispielsweise und will ein Lot rausnehmen, dann muss man eben, wenn man die Order reingepackt hat, genau diese Order, die markiert ist, die kann man hier ja auch sehen, muss man entsprechend markieren mit dem Verrechnungsbutton, weil er sonst sozusagen parallel zu der Long-Position zusätzlich die Hedge-Position short aufmacht im Umfang von eins. Das ist der einzige Unterschied. Also, insoweit kann man das mit allen Trading Models machen. Zweite Ergänzung dazu, weil auch die Frage auftauchte, was sind denn die Vor- und Nachteile von dieser MIT-Order-Gestaltung versus, dass man den Stop oder den TP als Stop und TP deklariert, ist klar, wenn, wie Thorsten vorhin sagte schon, wenn aus irgendeinem Grund die Plattform nicht aktiv ist, kann ja auch sein, dass mal die Leitung zusammenbricht oder weiß der Henker was, dann wird sie halt nicht ausgeführt. Insofern muss man sich das dann überlegen, ob es einem das wert ist. Das heißt, genauso als Möglichkeit für Aufstocken und beispielsweise eine aufgestockte Position anders absichern, kann man einmal so machen und ist natürlich sozusagen eine saubere und eine runde Sache, so wie Thorsten das gesagt hat, mit der anderen Strategie. Theoretisch geht es natürlich genauso, einfach nur als zweite Möglichkeit geht es genauso in der gleichen Strategie mit Teilverkäufen, so wie ich es eben gesagt habe, wenn man dann aber die entsprechende Teilverkaufs-, also die Absicherungs-Order sozusagen als MIT-Order, als künstliche Order kategorisiert, muss man eben auch dafür mit dem Risiko leben, dass es sein kann, dass die nicht ausgeführt wird. Das ist der einzige Unterschied. So, ansonsten, vielleicht um das hier nochmal zu zeigen, beim Trading hier eben kann man ja die Moody auswählen und je nachdem, was man gemacht hat, das gilt für alles, also auch wenn man im Stereo-Future ist oder so, das Saldierungsprinzip, ob die letzte oder die erste, die man reingetan hat, ausgewählt wird, wenn man Teilverkäufe macht, wird dann eben immer nach dem gleichen Schema hier abgebildet. So viel dazu. Dann noch mal kurz zu der MIT-Order, wenn ich das ausschalte, glaube ich, geht die Limit-Pullback nicht, weil die Limit-Pullback wird ja im Stereo-Trader generiert und in dem Moment, wo die greift, wird die als Market-Order zum Broker übermittelt und wenn die Order schon beim Broker liegt, ich glaube, dann funktioniert das nicht mit der Limit-Pullback. Nicht, keine Wahrscheinlichkeiten hier rein. Aufschreiben, fragen wir nach, bitte. Ja, es kann nicht gehen. Genau, aber wir klären das, Thorsten, kein Problem, klären wir. Also diese Voreinstellung... Ja, wir klären das nächste Mal rein. Nicht jetzt, ja, könnte vielleicht oder kann ja vielleicht nicht, das ist, wir sind eine Menge Leute, wir bringen die durcheinander. Bitte, nicht böse gemeint, nur nicht. Genau, also ich wollte nur sagen, das ist hier auch die Standard-Voreinstellung, ist so, dass dieser Knopf hier nicht aktiviert ist, also dass der Stop und der Take-Profit auf jeden Fall richtige, echte, in Anführungsstrichen, Orders sind, die schon beim Broker liegen. Das ist voreingestellt, wenn ihr daran nichts geändert habt. Und die beiden sind dann aktiviert, so das ist der Standard an der Stelle. Ja, viel tiefer will ich da jetzt oder würde ich da jetzt auch gar nicht unbedingt reingehen. Wir wollen ja Fragen beantworten und ansonsten, wenn Fragen zur Plattform sind, würde ich das ganz so intensiv oder so tiefgehende Fragen zur Plattformen, bitte, macht eine Agenda, wenn ihr so eine Frage habt, macht eine Agenda fertig, schickt mir die Fragen sauber ausformuliert, dann schicke ich den Fragenkatalog weiter und entweder arbeiten wir das dann bei uns im Team mit Ralf und mit Dagmar hier zusammen ab, dann arbeitet jeder ein Thema aus oder vielleicht weiß das sogar jemand, dann machen wir das gemeinsam und was wir nicht wissen, dann holen wir eben Dirk dazu, auch wenn wir eine Stunde Webinar dranhängen müssen dann, aber dann holen wir eben Dirk dazu, der kennt den Stereo-Trader relativ gut, dann kann er auch ein bisschen was erklären. Ich habe es gerade ausprobiert, es ist tatsächlich so, also die funktioniert dann nicht mehr, die Limit Pullback. Kann man die Voreinstellung zur Limit Pullback ändern? Ich weiß, die Limit Pullback ist ja vorgegeben, immer mit einem Punkt, äh mit fünf Punkten, ne mit einem Punkt, dass sie immer bei einem Punkt Rücklauf, kann man die Grundeinstellungen ändern, dass man sagt, okay, ich will die immer so haben, dass sie bei drei Punkten Rücklauf greift. Also ich zeige mal kurz hier, zwei Sachen, die man einstellt. Wenn man, wenn man hier eine Limit, also hier kann man Standardeinstellungen ändern, hier ist, wenn man das aufmacht, das mit einem Punkt vorbestimmt, ich habe es jetzt bei mir beispielsweise standardmäßig auf 1,5, da regelt man, wenn man sich einstoppen lassen will, also wenn man die Limit Pullback, jetzt bin ich halt nicht aktiv im Moment, aber wenn man die Limit Pullback hat und damit den Trade beenden will, dann erscheint der Wert hier. die andere Nummer ist die, die möglicherweise, die Frage ist, die taucht ja schon mal auf, wie ist das, wenn man sich einstoppen lässt in der Korrektur, dieses Trailen, dieser Trailabstand, der voreingestellt ist, wo immer 5 steht. Der ist absichtlich bei 5 und den kann man auch nicht ändern und das hat auch einen bestimmten Grund und zwar war die Idee die, man legt ja erstmal die Order rein und die Kurse bewegen sich ja schnell. Wenn da jetzt schon eine 1 oder eine 0,5 Stunde, dann hätte man in dem Moment überhaupt nicht die Möglichkeit, den schnell zu verändern. Also die Grundidee war einfach zu sagen, ich lege erstmal überhaupt die Funktion, dass ich mich trailen lassen kann, fest und dann verändere ich den Abstand und werde nicht vom Markt überrollt. Deswegen kann man die 5, die dann hier erscheint, nicht ändern. Okay. So. Wisst ihr, was wir heute gemacht haben? Na? Viel zu lange. Also, ich will auch, ich werde diese Aufzeichnung konvertieren, ihr werdet die in eurem Account finden und deine Produkte und Webinare, dort werden wir die ablegen. Die Gäste, die heute als Gast hier waren oder bis heute als Gast hier waren, die werden wir heute Abend oder morgen abschalten. Es sei denn, ihr bucht jetzt irgendwie das Service-Paket oder Webinar-Paket, könnt ihr euch ja immer noch entscheiden. Dann findet ihr das ja automatisch wieder. Aber wir werden die heute manuell abschalten, werden uns von den Gästen schon mal verabschieden. Wenn ihr die Aufzeichnung haben wollt, dann werden wir euch den Link, den YouTube-Link manuell per Mail zuschicken. So, die Fragen, die jetzt noch offen geblieben sind, die werden wir selbstverständlich abarbeiten oder werden uns, sag schnell, werden diese Punkte abarbeiten und werden die auch das nächste Mal erklären. Eine Bitte an euch, bitte schickt uns eure Fragen zu. So wie heute, das sind jetzt fast anderthalb Stunden gewesen oder jetzt eine gute Stunde gewesen und dann passiert auch sowas, das so ein bisschen durcheinander geht. Das will ich eigentlich vermeiden. Ich will eigentlich so ein Thema gerne straight vorbereiten. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, euch offene Fragen aufzuschreiben. Schickt sie mir per Mail. Ich kann sie dann entweder selber ausarbeiten oder Dagmar oder Ralf geben. Dann kann jeder sein Thema auch ausarbeiten und alles Offene dazu dann auch hier darstellen und dann auch erläutern. Können wir das sauber abarbeiten, dann vermeiden wir so eine Situation wie heute. Okay? Wir machen das ja für euch und nicht für uns. Und ihr bestimmt das Tempo und ihr bestimmt auch was behandelt wird. Aber dafür müsst ihr uns auch ein bisschen unter die Arme greifen. Also, mir dürft ihr unter die Arme greifen, weil Dagmar, lasst ihr das bitte. Guck, ich habe jetzt gerade ein Bild im Kopf. Ich glaube, sie wird jetzt gerade rot. Ein bisschen. Sorry. Okay. Ich hoffe, das hat euch was geholfen. Ich werde den ganzen Spaß konvertieren, werde ihn hochladen und dann werdet ihr es nacharbeiten können und dann auch die Einstellung bei euch dementsprechend anpassen können. Ich wünsche euch damit viel Glück. Danke, dass ihr da wart. Danke an Ralf. Danke an Dagmar. Schön, dass ihr mich so unterstützt bei dem ganzen Spiel. Ich glaube, das hilft uns alle ein ganzes Stück weiter. Ganz, ganz lieben Dank. Und dann sehen wir uns morgen früh noch einmal, um uns vielleicht ein paar Punkte aus dem Markt zu kitzeln. Und morgen Abend macht die Anneliese eine erste Schicht zum Fibonacci. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Im DAX viel Glück, im Euro noch mehr Glück. Aber der DAX scheint sich stramm auf den Weg nach unten zu machen. Und ich hoffe, dass der ein oder andere da ein paar Macken in seinem Konto oder ein paar Dellen in seinem Konto wieder ausbügeln kann. Danke an die holländische Grenze und danke in den Osten nach Thüringen. Bis morgen früh. Euer Skype-Trader Thorsten mit Team Dagmar und Ralf. Tschüss, tschüss. Moin Moin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.